Nach langen, schwierigen Diskussionen ist es uns jetzt endlich gelungen herauszufinden, wohin ungefähr diese junge Frau mit ihrem Kind will. Die wird es auf der Ladefläche mitnehmen. Wir fahren weiter, als sie will. Okay, let's move. Okay. Willst du das open? Ah, it's okay. Oh, okay. Yeah. And you? Stop, stop, okay?